Was ist mit dir, Karl? Was meinst du, Angi? Na, du schiet es doch. Was laberst du, du dumme Kohle? Woher kommen dann die drei Stacks, sie hast in deiner Kiste? Fresse, du Hohle. Helmut, sag doch auch mal was. Ich halt mich da raus in der Seine Halle. Meinst du das, was du in Halle herbekommen hast? Fick dich du so, das ist ein Monatbon. Ja, richtig so. Warte mal ganz langsam.